Musik Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ohne ihn kommt kein Bier aus. Die Rede ist vom Hopfen. Und wussten Sie, dass der weltweit erfolgreichste Hopfen hier in unserer Region, genauer gesagt in Tettnang, angebaut wird? Die Welt trinkt Tettnanger Hopfen. Heute das Thema bei Chefsache. Drei Prozent der weltweiten Anbaufläche befinden sich im Schussental zwischen Ravensburg und Tettnang. Der Tettnanger Hopfen wird weltweit exportiert. Grund ist sein feines Aroma. Deshalb ist er bei Craft-Bauereien angesagt. Craft-Bier ist Trend. Die hippe Szene wäre ohne Tettnanger Hopfen kaum denkbar. Hopfen macht das Bier bitter. Je früher er dem Brauprozess zugefügt wird, desto bitterer schmeckt es. Später hinzugefügt, wird der Geschmack milder. Ins Bier kommen übrigens nur die weiblichen Hopfenpflanzen. 70 Prozent der in Deutschland angebauten Sorten sind Züchtungen aus dem Hopfenforschungszentrum Hüll in Bayern. Er wächst an den Gerüsten bis zu acht Meter hoch. Unterschieden wird in Bitter- und Aromasorten. Aromahopfen sind zum Beispiel Mandarina Bavaria oder Hüllmellen. Hopfen hilft beim Einschlafen. Deshalb wird die Pflanze auch in Arzneimitteln verarbeitet. Bier macht muntere Männer müde. Übrigens, echter Hopfen gehört zur Familie der Cannabispflanzen. Seit fast 170 Jahren wird die Pflanze in der Region angebaut. Heute bewirtschaften rund 135 Betriebe eine Fläche von 1300 Hektar. Die Region ist nach der Hallertau in Bayern das zweitgrößte Anbaugebiet in Deutschland. Liebe Zuschauer, die Welt trinkt Tettnanger Hopfen. Und zu Gast im Studio ist Jürgen Weishaupt. Er ist Geschäftsführer vom Hopfenpflanzeverband in Tettnang. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie mal, was macht denn den Tettnanger Hopfen so weltweit begehrt? Ja gut, zunächst hat er mal eine sehr lange Tradition. Er wird seit 1844 angebaut, was zugleich wieder eine kurze Geschichte ist. Das Rheinheitsgebot gibt es schon 500 Jahre. Speziell ist hier sicherlich mal das Klima am Bodensee. Das ist das südlichste Anbaugebiet Deutschlands. Und dann haben wir ganz spezielle Sorten. Landsorten. Zu 70 Prozent werden Landsorten angebaut. Die gibt es so nur in Tettnang. Sie haben hier eine sehr komfortable Situation für ein Unternehmen. Denn die Nachfrage ist höher als das Angebot. Gut, das war nicht immer so. Aber es ist in der Tat ein Trend, den wir jetzt seit 20 Jahren haben. Das ist diese sogenannte Craft-Bier-Welle, die vor 20, 25 Jahren in den USA begonnen hat. Und die breitet sich momentan auf der Welt aus. Das sind sehr starke, hopfte Biere. Und da wird deutlich mehr Hopfen benötigt. Und aufgrund dessen ist die Nachfrage steigend. Man hört ja immer wieder von den deutschen Bauern vor allen Dingen diese Craft-Bier-Welle. Also Craft ist ja nichts anderes als handwerklich sozusagen hergestellt. Das machen wir die ganze Zeit schon. Seit Jahrhunderten. Ist das so? Das ist in der Tat so. Es sind natürlich neue Brauereien oftmals in den USA, jetzt in Italien oder wo auch immer die da entstehen. Und sie machen neue Bierstile. Wenn wir hier klassisch vielleicht so einen Export-Weizen-Pilz haben, dann sind es dort eher IPAs, Ales, Seasonal-Biers. Und die sind einfach sehr spät gehopft mit neuen Hopfensorten, mit neuen Aroma-Eindrücken. Und ja, Craft-Bier ist ein Begriff, der sehr weit gefasst ist. Aber diese neuen Brauereien und neue Biere, die fallen unter das Craft-Bier. Es sind ja vor allen Dingen auch kleinere Brauereien, die von Bierbrauern geleitet werden, die vielleicht sich auch ein bisschen von den herkömmlichen Brauern unterscheiden. Was sind das für Typen? Ja, es ist ein ganz anderer Typ von Brauer oftmals in den USA. Oftmals kommen sie gar nicht aus dem Brauwesen heraus, haben das nicht gelernt, nicht studiert, aber haben diese Liebe zum Bierbrauen entdeckt. Haben ganz klein angefangen und investieren jetzt in größere Brauereien. Sie leben das Bier, sie leben den Hopfen vor allem, diese neuen Aroma-Eindrücke. Und ja, sie sind mit Enthusiasmus da dabei und das ist natürlich für uns auch interessant, wenn sie sich so mit dem Hopfen beschäftigen. Wie läuft denn das in der Praxis dann ab? Kommen dann die Brauer auch zu uns in die Region oder läuft das quasi alles in der digitalen Welt und die Angebote, die nachfragen, werden da quasi versorgt? Wir haben zum einen natürlich wichtige Messen auf der Welt, in der USA ist eine ganz wichtige Messe. USA ist der größte Markt, der wichtigste Markt. Wir haben in China jetzt immer, in Shanghai auf einer wichtigen Messe, in Nürnberg ist das jährliche Treffen. Aber es gibt sehr viele Craft Roar, die einfach den Pflanzer auch vor Ort kennenlernen wollen. Die kommen im Frühjahr, wollen mit dem Pflanzer reden, wollen den Hopfen sehen, wollen wissen, was ihn bedrückt. Warum wollen sie denn das? Ja, das ist auch wieder diese Liebe zum Hopfen und zum Detail und zum Lieferant, zum Produkt selber. Sie kommen dann speziell auch nach der Ernte und lassen sich dann ihre Hopfenmuster dort oftmals vorlegen. Wir haben da also vom September, Oktober dann Brauer aus den USA, aus Schweden, wo auch immer her und suchen dann speziell ihre Aromaeindrücke aus, die sie haben wollen, speziell für ihr Bier. Das ist alles dann oftmals auch sehr zeitaufwendig und intensiv, aber eigentlich in unserem Sinne auch, weil sie sich ja doch die Kunden mit dem Hopfen intensiv beschäftigen. Was viele vielleicht nicht denken, das ganze Jahr über ist eigentlich Hopfenjahr, jetzt auch sozusagen Ende Januar. Was genau jetzt passiert, liebe Zuschauer? Auch was Herr Weishaupt mit Wetten, dass zu tun hat und vieles mehr. Dazu gleich mehr nach der Werbung. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir unterhalten uns heute über den Tettnanger Hopfen, denn dieser hat eine weltweite Bedeutung. In tausenden von Bieren ist Hopfen aus unserer Region enthalten. Zu Gast im Studio ist Jürgen Weishaupt, er ist Geschäftsführer vom Hopfenpflanzerverband in Tettnang. Der Hopfen ist beliebt. Man könnte meinen, eine Pflanze verändert sich an sich nicht, aber weit gefehlt, denn da tut sich jede Menge. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt natürlich durch diese Craft Beer Welle auch sehr viele neue Sorten, die durch traditionelle Züchtung entstehen. Wir haben jetzt so Namen wie Mandarina, Bavaria oder Hillmelon oder Calista Ariana sind zwei ganz neue Sorten. Und da kommen durch die Züchtung neue Aromapiks rein, also so leichte Aromaeindrücke von Himbeere, Citrus, Aprikose. Das Bier schmeckt dann nicht danach, aber es gibt so eine ganz spezielle neue Richtung in das Bier. Und so kann man die Vielfalt an Bieren eigentlich nochmals ganz natürlich erweitern. Gibt es momentan einen bestimmten Trend, der gefragt wird bei den Bierbrauern? Gut, wir haben natürlich das klassische Aromahopfensortiment, das nach wie vor weltweit gefragt ist. Aber einfach um das nochmal ein bisschen zu erweitern und neue Kreationen zu gestalten, werden immer neue Eindrücke gezüchtet. Himbeere, Himbeere, Brombeere, das ist momentan gerade so ein Trend, der jetzt in zwei neuen Sorten drin ist. Aber nochmals, wie gesagt, die Biere schmecken dann nicht nach diesen Fruchtarten, sondern es gibt einfach dem Bier nochmal ein bisschen eine andere Richtung offen als so. Jetzt befinden wir uns ja eigentlich mitten im Winter, möchte ja an sich heißen, dass du jetzt draußen relativ wenig machen kannst. Auch sonst müsste ja gar nicht so viel passieren. Ja, das Hopfenjahr ist so zweigeteilt. Vom Frühjahr bis Herbst ist natürlich der Hopfenpflanzer voll bei der Arbeit. Dann im September wird geerntet, der Hopfen wird verpackt, kommt in die Verarbeitungswerke. Und dann beginnt eigentlich so die zweite Saisonhälfte, möchte ich sagen. Vom Herbst bis zur neuen Ernte werden die Hopfen dann verarbeitet und gehen in alle Welt. Der Hopfen ist sehr international. Wir wissen, dass Deutsche und Tettnanger Hopfen in über 100 Länder dieser Erde geht. Sie können also überall auf der Welt Biere trinken, wo Tettnanger Hopfen drauf ist, selbst in Afrika oder seit zwei, drei Jahren jetzt auch in Neuseeland oder Australien, wenn es sein muss. Die Hopfenbauern, haben die jetzt auch was zu tun? Ja, die Hopfenbauern machen jetzt die Gerüchte. Also wenn man in Tettnanger, durch Tettnanger fährt oder durch das Umland, werden neue Gerüstanlagen gebaut. Alte erneuert, neue gebaut. Das ist eine sehr komplexe Arbeit, oft auch gefährliche Arbeit. Aber es werden die Gerüchte für die neue Saison vorbereitet. Besteht denn eigentlich die Möglichkeit, auch zusätzliche Flächen anzubauen? Ja, da haben wir ein bisschen Probleme. Wir sind strukturell im Bodenseeraum natürlich sehr verdichtet. Wir könnten wachsen, würden gern ein bisschen mehr machen, aufgrund auch der guten Nachfrage. Aber da gibt es so einige Dinge, die dagegen sprechen. Wir haben dieses Grünland-Umbruchverbot. Der Bodenseeraum ist, wie gesagt, sehr verdichtet einfach. Wir wachsen mit, aber wir würden gern ein bisschen mehr machen. Sie machen den Job jetzt schon seit 20 Jahren. Was macht für Sie persönlich den Reiz aus? Gut, ich bin auch auf dem Hopfenbaubetrieb aufgewachsen. Und da gibt es schon den schönen Spruch, wen der Hopfen mal gekratzt hat, den lässt er nicht mehr los. Es war eigentlich schon diese Faszination für die Pflanze. Und auch dieses internationale Geschäft. Man hat einfach mit der Welt zu tun. Wie gesagt, circa 80 Prozent, jetzt hier auch, das Tettnanger Hopfens wird exportiert. Man hat also mit Kunden weltweit zu tun. Und kein Hopfenjahr ist wie das andere. Also das macht die Sache schon spannend. Sie haben hier ganz erstaunliche Fähigkeiten, die Sie auch schon auch im Fernsehen unter Beweis gestellt haben. Eine ältere Geschichte. Vor zehn Jahren ungefähr waren Sie mal bei Wetten, dass? Und wurden als Samenlauscher tituliert und wurden tatsächlich Wettkönig. Wenn Sie uns die Geschichte vielleicht noch kurz erzählen. Es ist tatsächlich so gewesen. Die Sendung gibt es schon gar nicht mehr. Es war bei Wetten, dass? 2006 war das in Frankfurt damals. Im Anschluss dann auch noch beim chinesischen Wetten, dass? Und da ging es in der Tat um solche Samentütchen, die im Frühjahr gepflanzt werden. Und ich durfte da lauschen. Das heißt, Sie wurden dann geschüttelt und Sie konnten erkennen am Geräusch, was für ein Samen das ist. Ja, das waren so knapp 100 Tütchen. Und nur durch das Schütteln mit verbundenen Augen musste man dann raten, ob das dann Radieschen oder Rettich oder was auch immer ist. Das war so eine Gag-Geschichte. Und Sie haben es erraten und wurden Wettkönig? Wurde Wettkönig und ja, war eine witzige Geschichte. Was wünschen Sie sich abschließend für das Hopfenjahr 2017? Ja, zunächst einmal für den Hopfenpflanzer ist es wichtig, dass es kein Unwetterjahr gibt. Also immer wieder das Klima wird extremer. Kein Hagel, keine Trockenperioden. Dann gibt es einen guten Jahrgang, gute Inhaltsstoffe. Und natürlich, dass der Bierkonsum, der Bierabsatz, dass der auch ein bisschen wächst. Der stagniert seit Jahren. Das wäre so mal beruflich der Wunsch für 2017. Heißt, man trägt natürlich selbst auch dazu bei. Ja, man bemüht sich. Alles klar, herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Weißhaupt, schön, dass Sie hier waren bei Chefsache. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit bei Chefsache. Das würde mich freuen, wenn Sie in einer Woche wieder einschalten. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018